Wann lädst du endlich die Schlampe von der Highschool wieder aus, mit der du mal in der Kiste warst? Sie ist die Frau meines Bruders. Das ist ja praktisch. Nur gut, dass sie denkt, diese scharfe Tina, die ich eingeladen hab, sei meine Cousine. Von wegen, wir sind alles andere als verwandt, Baby. Ach, wo wir gerade dabei sind, bildet ihr ja nicht ein, dass deine Cousine Tina an unserem Tisch sitzen darf. Mein Gott, sie kann meine Gedanken lesen. Macht nichts, das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Mach mir sofort ein Käsesandwich-Vibe. Mach's dir selbst.